Hallo Leute, hier ist eure Lücher und herzlich willkommen zu den Star Stable News, diese Woche vom 27.04.2016. Und ja, was kam mit dem heutigen Update alles dazu? Madison von der Südhofinsel ist verschwunden und ihr müsst sie suchen. Und ich weiß gar nicht genau, wo sie stehen könnte, weil ich noch nicht mit den Quests soweit bin. Aber unheimlich viele Spieler ballen sich an diesem Steinkreis und da könnt ihr ja mal gucken, ob ihr sie findet. Und ja, Madison wird euch erklären, dass erst das Vergnügen kommt und dann die Arbeit. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Quest. Ich kann die leider erst etwas später machen. Ansonsten gibt es neue Kleidung und auch neue Ausrüstung fürs Pferd in der Mall und auch auf der Südhofinsel. Da könnt ihr ja mal vorbeischnuppern und gucken, ob euch das ein oder andere Teil gefällt. Des Weiteren ist in Silverglade der Pferdemarkt jetzt abgebaut worden und wird nächste Woche im Westkamp-Fischerdorf zu finden sein. Große, große News ebenfalls am 4. Mai, also nächste Woche Mittwoch, werden die Welsh Ponys zu kaufen sein. Yay! Man hat schon eine kleine Vorschau in der Star Stable Show gesehen und ja, ich kündige hiermit heute an, dass ich ein gesondertes Video rausbringen werde, wo ihr entscheiden könnt, welches Pferd ich kaufen soll von den Welsh Ponys. Ihr habt richtig gehört. Ich habe dieses Mal nicht die Möglichkeit zu entscheiden, sondern ihr stimmt ab und das Pferd kaufe ich mir dann, also das Welsh Pony kaufe ich mir dann. Und das Video wird gesondert rauskommen, sobald ich den Ruf habe oder sobald ich zumindest die Pferde am Stand sehen kann. Und werde ich nochmal auf Facebook und auf Instagram ankündigen, auf jeden Fall. Wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgen wollt, könnt ihr einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr einen direkten Link zu den beiden. Zu den beiden Accounts. Ja, von mir. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich kann euch leider nicht die Quest mit Madison zeigen, aufgrund dessen, dass ich mit der Questreihe noch nicht so weit bin, weil ich ja am Wochenende gar nicht da war. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem dieswöchigen Mittwochs-Update. Baut schön den Ruf auf, weil den wird man wahrscheinlich brauchen, um die Welsh Ponys kaufen zu können. Und ansonsten habe ich euch nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, eure Lisha. 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 Vielen Dank.